Nachdem wir beim letzten Mal gehört haben, dass es in Österreich noch dieses komische Kuriosum gibt, dass es einen Grundrechtsschutz auf Datenschutz für juristische Personen gibt, kommen wir jetzt endlich zum Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung und damit endlich ins eigentliche Thema. Die Datenschutzgrundverordnung und damit auch das einfache Recht in Österreich schützt nämlich nur natürliche Personen. Wenn Sie also über den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung nachdenken, dann gibt es zwei Voraussetzungen, die Sie vorneweg immer prüfen müssen. Erstens ist der Betroffene, der um dessen Daten es also geht, eine natürliche Person. Das ist das Erste. Und zweitens sind die Daten, um die es geht, personenbezogen. Das ist das Zweite. Wenn eine natürliche Person und wenn personenbezogene Daten, dann ist grundsätzlich mal der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung eröffnet, weil und wenn über diese natürliche Person personenbezogene Daten anfallen. Und zwar dann, wenn sie verarbeitet werden und dann, egal bei der Verarbeitung, ob jetzt in einem IT-System oder nicht. Das ist also die erste schlechte Nachricht für alle die Traditionalisten da draußen, die dieses Video aber wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber wenn sie es sehen und sich denken, ich habe ja eh noch alles nur in meinem Kasten und in meinem Zettelkasten, so wie bei Niklas Luhmann, oder ich führe mein Telefonbuch immer noch nur auf Papier, dann ist die schlechte Nachricht, die ich Ihnen da überbringe. Trotzdem bleibt die Datenschutzgrundverordnung für Sie relevant, weil das relevante Kriterium hier ist, dass die Verarbeitung in einem Dateisystem stattfindet und ein Dateisystem ist alles, was in irgendeiner Weise strukturiert ist. Das kann auch analog sein. Also die Datenschutzgrundverordnung setzt nicht voraus eine digitale, eine IT-gestützte Verarbeitung, sondern nur ein Dateisystem. Und die Verarbeitung, dieser Begriff, über den könnte ich jetzt auch ganz lange reden, der ist auch definiert in der Datenschutzgrundverordnung. Die Definition erspare ich Ihnen vorläufig und sage Ihnen alles, was Ihnen in den Kopf kommt, was man mit Daten nur machen kann, also vom Erheben bis zum Löschen und Unbrauchbarmachen und allem dazwischen, ist Gegenstand einer Verarbeitung. Dieser Begriff ist sehr, 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 sehr weit. Also wenn Sie irgendwas mit Daten machen und das tun in einem Dateisystem, dann gehen Sie davon aus, dass die Datenschutzgrundverordnung anwendbar ist, sofern diese Daten sich auf Personen beziehen. Was natürlich jetzt die Frage aufwirft, was sind personenbezogene Daten? Die kurze Antwort darauf lautet, alles, was sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person bezieht. Die lange Antwort lautet, darüber kann man ungefähr so viel Text schreiben, das ist ungefähr die Menge an Büchern, die ich kenne, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen, weil das eine ganz fundamentale und ganz, ganz schwierig zu beantwortende Frage ist, weil die Definition auch sehr unklar und auch schon sehr tradiert ist. Ich will Sie jetzt gar nicht mit Details langweilen, rechts ist die Definition so, wie Sie sie in der Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 sehen, links ist die Definition, wie Sie sie aus der Datenschutzgrundverordnung sehen und Sie werden, glaube ich, im Detail erkennen, dass da viele interpretationsbedürftige Details drinnen sind, vor allem deswegen, weil immer unklar ist, für wen denn eigentlich die Person identifiziert oder identifizierbar sein muss. Ein einziges Beispiel von vielen, die ich Ihnen liefern könnte, als Google mit Google Street View angefangen hat, also jenem, apropos Bullshit, als Google mit Google Street View angefangen hat, also jenem Dienst, wo man durch die Straßen fuhr und Aufnahmen von Hausfassaden machte, war eine ganz wichtige Frage, ob diese Hausfassade ein personenbezogenes Datum sein kann. Und das Argument der Menschen, die das bejaht haben, war, zwar weiß Google nicht, wer hinter dieser Hausfassade wohnt, aber es ist ohne weiteres für andere Leute möglich, zum Beispiel die Nachbarn oder die Arbeitgeber oder die Bank, die sich dafür interessiert, einen Bezug herzustellen zwischen einer Hausfassade und der Person, die dahinter wohnt. Und deswegen sei auch diese Hausfassade ein personenbezogenes Datum. Dahinter steht also der Streit, für wen muss die Person identifizierbar sein. Man kann diesen Streit noch weiter vertiefen, indem man den Erwägungsgrund 26 liest. Da steht noch viel mehr Text dahinter. Die Ehrgeizigen unter Ihnen lesen ihn. Die kurze Antwort lautet, it depends. Man kann nicht ohne weiteres bejahen, ob jetzt ein Personenbezug vorliegt oder nicht. Man wird aber im Zweifel von einem Personenbezug ausgehen. Also wenn Sie sich nicht sicher sind, dann gehen Sie im Zweifel von einem Personenbezug aus. Ein solcher liegt insbesondere auch dann vor, wenn es sich um pseudonyme Daten handelt. Also auch pseudonyme Daten sind von diesem All-or-Nothing-Approach erfasst. Ein pseudonymes Datum ist ein personenbezogenes Datum. Die Verwendung eines Pseudonyms, also zum Beispiel der Sozialversicherungsnummer oder einer Matrikelnummer, führt nicht zum Entfall des Personenbezugs. Trotzdem, anders als die bisherige Rechtslage, enthält die Datenschutzgrundverordnung an einigen Stellen speziellere Regelungen und eine Definition des Pseudonyms, weil die Datenschutzgrundverordnung erkannt hat, stärker vielleicht als bisher, dass die Pseudonymisierung zwar nicht zum Entfall des Personenbezugs und damit nicht zum Entfall der Anwendung des Datenschutzrechts führt, aber doch ein Instrument sein kann, mit dem Interessen des Betroffenen vielleicht an manchen Stellen sinnvoll bewahrt werden können. Zum Beispiel ist das dann so, dass wenn der Zweck der Verarbeitung sich ändert, das Pseudonym nach Artikel 6 Absatz 4 ein Kriterium ist, dass bei der Bewertung der Zulässigkeit dieser Zweckänderung herangezogen werden soll. Ähnlich ist es auch bei verpflichtenden Datensicherheitsmaßnahmen und bei wissenschaftlichen und statistischen Arbeiten. Da steht im Detail durchaus Interessantes drinnen zum Einsatz von Pseudonymen, aber nochmal, der Einsatz von Pseudonymen führt nicht zum Entfall des Personenbezugs. Als grobe Leitlinie an dieser Stelle, und das muss hier genügen, kann ich Ihnen deswegen nur mitgeben, Pseudonyme Daten sind personenbezogen. Anonyme Daten können zwar durch Aggregationsmaßnahmen prinzipiell geschaffen werden, also 100 Menschen der Straße X haben im letzten Jahr die Partei Y gewählt, das können dann nicht personenbezogene Informationen sein. Man muss aber auch an dieser Stelle sehr vorsichtig sein, weil mit zunehmenden Durchdringungen von Big Data und Internet of Things und so weiter immer leichter möglich wird, durch Verschneidungen den Personenbezug erst recht wiederherzustellen. Medizinische Daten sind fast immer personenbezogen und im Zweifel würde ich an Ihrer Stelle daher den Personenbezug bejahen. Würde man ihn nämlich verneinen, dann verlässt man an dieser Stelle das Datenschutzrecht und ist außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO. Die gute Nachricht ist, man muss sich um nichts mehr kümmern. Die schlechte Nachricht ist, wenn man diese Grundentscheidung falsch getroffen hat, dann ist man von Stufe 0 weg rechtswidrig unterwegs. Deswegen im Zweifel pro Anwendung und pro Anwendung läuft über pro Personenbezug. Allerletzte Bemerkung, IP-Adressen sind auf jeden Fall personenbezogen. Dazu gibt es mittlerweile sogar ein paar ÖGH-Entscheidungen, in denen das geklärt ist. So, wenn ich jetzt im Anwendungsbereich bin, weil ich sage, es geht um eine natürliche Person und es geht um eine Verarbeitung und es geht um personenbezogene Daten, dann muss ich mich ein bisschen mit den Zielen beschäftigen. Wozu ist das Ganze eigentlich gut? Was will die Datenschutzgrundverordnung? Und sie will etwas, was nicht besonders erstaunlich ist. Sie will nämlich zunächst einmal die Defizite, die ich im allerersten Video schon formuliert habe, die Defizite auch bei der Wahrnehmung des Grundrechtsschutzes beseitigen. Und dazu gehört auch eine stärkere Vereinheitlichung des bisherigen Schutzniveaus. Mehr an Einheit, dadurch auch mehr an freiem Anwendungsbereich. Mehr an des Anwendungsbereichs für Europäerinnen und Europäer auch durch Unternehmen, die nicht in Europa sind. Stichwort Max Schrems, Google, Facebook etc. Also Erweiterung des räumlichen Anwendungsbereichs. Mehr an Verantwortung. Also das heißt, aufhören mit dem Umstand, dass die Durchsetzung so schwierig ist. Deswegen klare Regeln und klare Pflichten für die Verantwortlichen. Mit der ständigen Betonung auch, dass es nicht so ohne weiteres nur geht, irgendwas ins Gesetz hineinzuschreiben, sondern dass man auch zusätzliche Instrumente braucht. Deswegen mehr an Technologie, mehr an technologischen Lösungen, die möglichst technologieneutral sein müssen und auch mehr an Verantwortungen in den jeweiligen Unternehmen und Behörden, insbesondere durch Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Das ist ein weiteres, wie schon mal gesagt, deutsches Konzept, das jetzt wirklich ganz prominent hereinkommt. Der Datenschutzbeauftragte wird eine ganz wichtige Säule in diesem neuen Konzept darstellen. Deswegen kommt auch dem Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragten eine zentrale Bedeutung zu bei der Erreichung aller dieser Ziele. Und dann letztlich auch, damit das alles leichter durchsetzbar wird, das steht eigentlich da oben schon mal mit der Stärkung der Verantwortlichkeit, gibt es höhere Strafen. Es gibt klare Regelungen, was passieren muss, wenn was schiefgegangen ist. Also Bridge Notification ist das Stichwort hier. Informationspflichten, wenn etwas geschehen ist und letztlich auch mehr an Schutz durch Technologie, das habe ich schon gesagt, Privacy by Design and Privacy by Default wären hier die Stichwörter. Also Datenschutz schon angelegt in der Technologie und Datenschutz als der oder die datenschutzfreundlichste Lösung als der voreingestellte Wert, von dem auszugehen ist. Im nächsten Video werden wir uns dann die Grundsätze, so wie sie insbesondere im Artikel 5 und 6 der Datenschutzgrundverordnung formuliert sind, noch mal ein bisschen näher ansehen.